... mit Kampfdistanz, drei Runden ab drei Minuten. Rufen wir in die rote Ecke vom Karlsruhe Kitzingen, Tavim, Sarkisada und in die blaue Ecke vom Polizeisportverein Augsburg, Joscha Lederhofer. ... und die Rote Ecke vom Polizeisportverein Augsburg, Joscha Lederhofer. ... und die Rote Ecke vom Polizeisportverein Augsburg, Joscha Lederhofer. Ja, das kann so nicht. Naja, ein weiteres Licht. Der Kampf wird geleitet von Röfer-Ideo Kärn, das ist hier nicht setzend zusammen, aus Alexander Davich, Simoni Kaukner, Diana Medani, Werner Köftner, sowie Karl-Heinz Wolfstepper. Und, meine ich, was sie da noch haben ... Ach klar, ich schmeiß um. All gut? Ja, 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 ich schon. Oh, dass ist wirklich gut. Ja, ja, was ich jetzt wollte sagen. ... und, ja ... Naja, will ich nicht stören. Nein, kein Problem, es ist leider nicht alles gut, denn jeder kann es uns eigentlich in Polen werden, aber das hat man ja jetzt auch gesehen, das ist nicht so selbstverständlich. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.